So, wir haben da das normale oder große Hans-Gansch-Modell, die Petron-Bette, die relativ viel Widerstand hat, nicht leicht zu spielen ist, aber wie ich schon einmal sagte, eine Trompete für ganze Kerle ist oder für starke Typen. Ich komme sehr gut zusammen damit, ich habe gern schwere, große Instrumente. Wer sich das antun will, ist herzlichst eingeladen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020